RSC, Reven Speed Control, der Intelligenzboost für Lüftungsanlagen in kleinen und großen Küchen, nach innovativem Industrie 4.0 Standard von Reven. Das ist Herr Flambeau. Herr Flambeau leitet eine Großküche, die nicht nur mit exquisiten Gerichten und raffinierten Köstlichkeiten punktet, sondern ebenso mit modernster Küchentechnik und einem eingespielten Team. Beim Einkauf seiner Lebensmittel und bei der Schulung seiner Mitarbeiter ist jedes Detail wichtig und die Kalkulation muss immer stimmen. Diesen Anspruch hat er bislang nicht an seine Lüftungsanlage gestellt, auch wenn es hier ebenfalls eine ganze Menge einzusparen gibt. Sein Reven-Lüftungssystem soll das jetzt leisten und Herr Müller von Reven sagt ihm ganz genau, wo das jetzt möglich wird. Die wichtigste Aufgabe der Lüftungsanlage ist es, einen steten Luftstrom zu erzeugen, der alle Dämpfe und Gerüche aus der Küche saugt und dabei sicherstellt, dass keine Küchendüfte in den Gastraum dringen. Das ist nicht nur in Restaurants wie in dem von Herrn Flambeau wichtig, sondern auch in Krankenhausküchen oder Kantinen. Bislang kannte die Küchenlüftung nur das bewährte An- und Aus. Deshalb verbrauchte die Lüftungsanlage eine Menge Energie, denn sie lief unablässig den ganzen Tag, egal wie viele Kochplätze benutzt wurden, egal wie wenige. Das ist natürlich nicht billig und genau hier verbirgt sich ein enormes Einsparpotenzial. Herr Müller präsentiert den Intelligenzboost, der jetzt hilft, die Küche zum bewussten Umdenken und Entscheiden zu bringen. RSC – Reven Speed Control Ein System aus hochempfindlichen Sensoren und eine revolutionäre Computersteuerung teilen die Küchenlüftungen intelligente Kochzonen auf. Die jeweiligen Sensoren bemerken sofort, wie feucht und wie warm die Luft am jeweiligen Kochplatz ist. So wird genau dort für frische Luft gesorgt, wo tatsächlich gekocht wird. Und das auch bei fortwährendem Platzwechsel- und Dauerbetrieb. Dadurch, dass die Lüftungsanlage dank der RSC-Steuerung nagt, wie viel Hitze und Luftfeuchtigkeit entstehen und genau dort die Leistung und die Lüftungsklappen regulieren, wo eben gerade nötig, kann sie mit minimalem Aufwand die Luft im Küchenraum regulieren. Dadurch minimieren sich, ganz logisch, auch die Energiekosten. Herr Flambeau ist begeistert. Das ist eine Lüftungsanlage ganz nach seinem Geschmack. Die intelligente RSC-Steuerung eignet sich übrigens nicht nur für Großküchen, sondern auch bereits für Küchen, die mit mehr als einer Lüftungshaube arbeiten. Machen Sie es wie Herr Flambeau und vertrauen Sie auf REVEN Speed Control, den Intelligenzboost für Lüftungsanlagen in kleinen und großen Küchen nach innovativen Industrie 4.0-Standard von REVEN. Wir lassen Sie nicht im Nebel stehen.